hallo leute herzukommen und heute spielen wir mal wieder den festival tycoon den haben wir ja ewig nicht mehr gespielt ja ich habe übrigens was neues herausgefunden ich weiß gar nicht ob da ich das aufgenommen habe wo ich jetzt macht habe allerdings kann man hier das machen wegen copyright musik könnt ihr seiten nicht hören bzw es ist nicht an musik ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm und was ich gerade sehe der haben hier neue autos drin das ist ja komplett neu die haben neue autos hier drin das ist ein neues update anscheinend weil in der letzten folge habt ihr glaube ich noch gesehen dass ich nicht so welche habe hatte sondern so heißt es da hatte ich so also die waren echt kacke muss ich sagen man hätte die nicht benutzen können naja ich hab doch 18.000 das nicht so beleuchtung das ist glaube ich ein bürger stand ne chef koch für 34k anscheinend haben die entwickler aber jetzt hier neue neue golf karts reingebracht was ich ziemlich cool finde weil man jetzt besser fahren kann also das hat ein besseres handling und alles ist schon besser jetzt geworden weil früher also in der letzten folge hatten die noch so hatten die natürlich auch schon einen golf kart das war aber nicht so nice muss ich ganz ehrlich zugeben aber das haben sie auch geändert sich dran also das ist nice es ist nice es gibt ja auch kostenlose items aber man muss irgendwie erst ich erreiche die höchste tanzerfolg unabgeschlossen naja wie viel ich kann mich fragen wie teuer ist das essenstisch essenstisch also das hier gibt mir geld und das sind nicht das kostet 23.000 ach du einige nicht kaufen wir erst das hier weil das hier geld gibt so ok der ist umgefallen also essenstisch kosten alle 14.000 also es geht hier auf jeden fall noch ziemlich weiter also es geht glaube ich einmal rundherum das ist eigentlich ein sehr großer teil muss man sagen das war bestimmt auch anstrengend zu machen dieses spiel hier aber so ist es eigentlich ganz ganz nice jetzt wird es hier auch dunkel eins zwei drei essenstische gibt es noch und hier sitzen welche weil die hier geben mir geld die anderen sind einfach nur so hier ja und halt diese köche dieser koch und dieser koch okay 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 das ist nice das ist nice auch hier die ist mit dem golf card dass sie das jetzt neu gemacht haben diese anzeige hier ist auch neu so habe ich wieder 14.000 und dann fehlt noch ein esstisch und dann müsste ich eigentlich alle haben gell müsste ich ja eigentlich alle gekauft haben weil es gibt nur noch das hier weil das andere ist alles irgendwie mit wow bugs und sowas könnte natürlich auch sein dass hier noch irgendwas hinzugefügt wird ja habe ich mir schon gedacht absperrung 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 ahja überall absperrung ahja ja das konnte ich mir denken hier bestimmt kommt hier irgendwie so eine umrandung noch hin weil das ist ja irgendwie langweilig wenn es nur so ist okay das ist nice man kann hier sogar hoch und runter dann da noch eine absperrung so so ich bin jetzt wieder da ich musste kurz weg also etwas länger weg deswegen war hier gerade ein kurzer cut und ich bin wieder hier vorne weil ich aus dem game geschmissen worden bin ist aber nicht ganz so schlimm wir haben keine ahnung warum da jetzt eine minuten steht auf jeden Fall habe ich jetzt 1,2 millionen zack camping weg aha hier kann man also campen einen weg noch mehr wege holz zelt noch ein zelt eine flagge bäume ich würde sagen dass ich hier kurz mit dem golf card hinfahre wo auch immer der hin ist da ich nicht bock habe zu laufen so zack ne ich muss ja hier weiter ok kaufen wir hier einfach alles mal durch ach das ist ein wohnwagen wir kaufen hier ein wohnwagen tv geht er an oh hier kann man wieder irgendwas machen ok wieder einmal hier holz so dann hole ich mal wieder meinen golf card denn jetzt baue ich hier nehme ich immer weiter so mietwc ok so und jetzt bin ich wieder arm jetzt bin ich wieder arm so zack noch ein zelt ok jetzt habe ich wieder 30.000 und könnte na ich weiß gar nicht wo ich jetzt hier war ah hier muss ich weiter bauen also dies habe ich jetzt alles fertig oder auch nicht ein bogen da muss wieder ein bogen hin muss ich denn jetzt hier hinten noch irgendwas bauen ne ne also den weg hier habe ich jetzt fertig ja das habe ich hier fertig dann könnte ich ja jetzt rein theoretisch eigentlich abbiegen zack brauchst du mehr geld das kostet doch 38,4000 ich habe 44.000 egal den bogen so jetzt kann ich mir den holen und eine brücke so v38.000 für eine hauptbühn tun sound also warum man das sein soll stände stände das wird so eine fläche nur also das ist in der mitte praktisch sowas du kannst aber außenrum noch weiter also hier seht ihr hier kann man wahrscheinlich noch weiter gehen ja das wird ein neister taigun aber das seht ihr erst in der nächsten folge wieder und lasst natürlich ein abo und kommentar damit ihr keine weiteren videos mehr verpasst kostet euch nix und mich macht es glücklich und